Herzlich Willkommen zum Newsletter 159, in dem wir Sie ganz herzlich zum Tag der Küche am Samstag, den 28. September einladen. In der Werkstatt können Sie die Küchenfertigung und mehrere Küchen kurz vor der Auslieferung sehen und wie immer natürlich auch mit uns kochen. Zwischen 10 und 16 Uhr zeigen wir Ihnen alles, was Sie interessiert und manche Kunden bringen sogar eigene Lebensmittel zum Ausprobieren unserer Geräte mit. Wir zeigen eine tierisch coole Küche im Industrial Style in unserer Nachbarschaft. Das Pony Kolik, die Bernhardinerin Daisy und das Hündchen Ide, die fühlen sich ganz sichtlich wohl und auch das Katzenbuffet wird zwar begeistert, aber nicht immer exakt nach unseren Ideen genutzt. Apropos Tiere. Für das Herzburger Tierheim bauen wir mithilfe anderer Spender eine neue Massivholzküche, die parallel zur Vielfalt der beherbergten Tiere, auch die Vielfalt der heimischen Bäume zeigt. Sie ist am Tag der Küche dann schon in Fertig zu bewundern.